Ja hallo meine Freunde, nach langer Zeit ich bin wieder zurück. Ihr dachtet vielleicht, du warst ja gar nicht weg, aber ihr wisst vielleicht, ich habe wenig Videos gemacht, zum Teil, zwei pro Woche. In letzter Zeit ist es wieder mehr geworden, weil ich einfach gesagt habe, wegen meinem Problem mit dem Auge, das ist nicht weggegangen. Deswegen habe ich einfach Videos weiter produziert, auch mit dem Chalazion, dem Hagelkorn unterm Auge und habe einfach weiter produziert, aber ich bin zurück Leute und ich bin in Farbe, wie ihr sehen könnt. Ich bin in Farbe, sagt mal ob euch das Oberteil gefällt, extra für euch gekauft, extra für das erste Video, wann ich wieder nach der Augen-OP zurück bin und ich hoffe, es gefällt euch und ihr seht wieder, ich habe wieder Farbe im Gesicht, weil ich, das liegt einfach, also für alle, die schreiben so, ja du siehst so blass aus und so weiter, das liegt einfach daran, dass man das einstellen kann, das seht ihr hier zum Beispiel, das kann man einfach einstellen und ich hatte zum Teil schwarz-weiß gefilmt, weil ich und habe tatsächlich Kommentare bekommen, dass die Leute geschrieben haben, du bist so blass, warum bist du so weiß im Gesicht in den schwarz-weiß-Videos, das ist so gut und auf jeden Fall bin ich jetzt zurück Leute und mit Farbe endlich wieder, jetzt kann man auch meine Augenfarbe wieder sehen und man kann es hier ein bisschen erkennen an dem Auge, könnt ihr sehen, da ist so ein bisschen rot noch, könnt ihr das erkennen, weil ich eine Operation hatte, eine echte Operation im Krankenhaus am Augenlid, okay, ich und ich erzähle euch die ganze Geschichte, wie das alles passiert ist, das hat sich jetzt zwei Monate ungefähr hingezogen und ich habe hier auch alle Sachen genau und alle Sachen und auf jeden Fall, so fing es an, ich will hier allen Menschen helfen, die dasselbe Problem haben, die vielleicht irgendwas am Auge haben, irgendwie so eine Schwellung, Hagelkorn, Gerstenkorn und da wollte ich euch auf jeden Fall auf etwas aufmerksam machen, damit ihr nicht auf dem OP-Tisch landet, so wie ich, also wie viele andere, wie ich tatsächlich gehört habe, wenn man das mal erwähnt, wie viele Leute das auch schon hatten, diese Operation am Auge oder am Augenlid besser gesagt und folgendermaßen, also irgendwann habe ich mein Auge gekratzt, mein Auge, dieses Auge hier hat gekratzt, ganz normal, passiert jeden Tag wahrscheinlich, dann kratzt man so ein bisschen, dann ist gut und auf jeden Fall hat mein Auge damals, ich kann mich ganz genau an den Tag erinnern, das ist das komische, hat mein Auge megamäßig hart gekratzt, also einmal und ich habe mein Auge dann gekratzt, wie wild, 10, 15 Sekunden lang, es hat so übelst gekratzt, so und dann war es weg, wenn man sich kratzt, ist es weg und, das ist echt so cool, wieder Farbe zu haben, mein Gott und dann am nächsten Tag hatte ich irgendwie so eine kleine Schwellung unterm Auge, das war so ein bisschen dick geworden hier unterm Auge und dann die nächsten Tage hat sich das halt verschlimmert und das ist immer dicker geworden und immer dicker geworden, ich hatte hier so richtig, ihr könnt das in den Videos sehen, wenn ihr mal darauf achtet, am Handy werdet ihr es niemals sehen, aber wenn ihr es mal am PC guckt und mal ganz genau hinguckt oder am TV werdet ihr sehen, ich habe hier so eine Schwellung unterm Auge, in den letzten 20, 30 Videos und ich habe halt gedacht, weil ich hatte das schon mal auch an diesem Auge, habe ich mal gedacht, okay, das wird schon weggehen, ich habe Action mit einer Nadel, damals bei diesem Auge mit einer Nadel, das durchgestochen von der Innenseite, wenn du dein Auge dann umkrempelst, man kann das mit so einem Wattestäbchen machen, wenn du hier drauf drückst, dreht sich das um, das Augenglied und dann kannst du wirklich sehen, da ist so weiß, so wie ein Pickel mit so einem Eiterkopf, kannst du sehen, und das habe ich Action durchgestochen mit einer Nadel, damals bei diesem Auge hier, bei dem auch, und dann habe ich so ein bisschen drauf gedrückt und dann ist das rausgekommen bei diesem Auge hier und dann ist es immer kleiner geworden, ist es weggegangen, ich habe dann auch mit Alkohol abgewischt und so, und dann habe ich das selbst so gesagt geheilt gekriegt, sollte man auf keinen Fall machen, sollte man auf keinen Fall machen, weil die Verletzungsgefahr viel zu groß ist, wenn du dich ins Auge piekst oder sowas, ist es vorbei, deswegen sollte man es auf keinen Fall machen, ich habe halt mit Alkohol die Nadel gesäubert, dann mit Bethesadon und so, und extrem vorsichtig, pipapo, sollte man aber niemals machen, und dann habe ich dasselbe hier bekommen, an diesem Auge, und da habe ich es auch versucht durchzustechen, so, aber hat zu sehr weh getan, hat nichts gebracht, ist nicht weggegangen, so nach einem Monat habe ich dann eine weitere Entzündung gekriegt, hier oben drauf, und zwar das Rote, könnt ihr das sehen, ich habe so wie zwei Pickel, zwei rote Pickel, auf dieser Schwellung hier gekriegt, und zwar an dieser Stelle, könnt ihr auch in den alten Videos sehen, wenn ihr darauf achtet, ich habe alles immer so eingerichtet, aus so einem Winkel gefilmt, und mit wenig Farbe, damit man das nicht sieht, damit ich weiter arbeiten kann, und dann dachte ich mir, okay, das ist nicht gut, schon einen Monat habe ich das, und das geht nicht weg, und jetzt ist auch noch eine Entzündung drauf entstanden, so wie zwei Pickel, in der Kamera ist alles spiegelverkehrt, deswegen zeige ich aufs falsche Auge, das ist das hier, und dann sind da zwei so Hubbel entstanden, Rote, und dann dachte ich, okay, irgendwas ist hier wirklich verkehrt, und das geht einfach nicht mehr weg, und das sieht einfach mies aus, vor allem, ich muss mich filmen, ich sehe vor der Kamera jeden Tag, auch auf Twitch zum Beispiel, deswegen, ja, geht das nicht mehr, bin ich zum Hausarzt gegangen, also erst mal bin ich, genau, erst mal bin ich in die Apotheke gegangen und habe das hier gekriegt, habe ich gesagt, ich habe hier diese Schwellung unter dem Auge, Prusiformin habe ich bekommen, Augensalbe, das ist, hier steht das, desinfizieren der Augensalbe, und dann dachte ich, das sind Bakterien und so, das muss weg, habe ich das versucht, drei Tage oder so, das hat überhaupt nicht gewirkt, nichts gebracht, völlig sinnlos, habe ich gesagt, okay, komm, jetzt musst du zum Arzt gehen, und dann bin ich zum Hausarzt gegangen, so, und da hat er sich das angeguckt und hat gesagt, okay, das ist übel und sowas, das sieht nicht gut aus, ich verschreibe ihn mal Antibiotika, da hat er mir diese hier gegeben, das sind actually die besten, die es gibt, das sind Antibiotika, richtig hardcore, eigentlich das härteste, was es so gibt, übles Zeug, habe ich das hier bekommen, jeder, der Gerstkörner, Halbbekörner hat, der kennt das, habe ich das hier bekommen, so, und dann habe ich das aufgetragen, ungefähr zwei Wochen lang, habe ich diese Antibiotika aufgetragen, und die erste Woche hat etwas gebracht, das tatsächlich weniger geworden, aber halt nur ein bisschen weniger geworden, es ist nicht weggegangen, es muss ja weggehen, also diese roten Teile, die sind so und so unverändert komplett, durch den ganzen Verlauf komplett unverändert, die habe ich nicht weggekriegt durch gar nichts, also ich habe innen geschmiert und auch außen mit einem Wattepad drauf geschmiert, so, und da habe ich diese zwei Wochen genommen, und nach zwei Wochen, der Arzt hat sogar gesagt, ne, nimm die sieben Tage, und dann muss das weg sein, ne, diese Antibiotika, die werden alles killen, und nach zwei Wochen war das noch nicht weg, und dann bin ich zum Arzt gegangen, wieder zum selben Arzt, und da hat er sich das angeguckt, und hat gesagt, ne, dieses Rote ist nicht weggegangen, die Schwellung ist immer noch da, nach zwei Wochen diese Antibiotika, da stimmt irgendwas nicht, gehen sie, ich überweise sie jetzt zum Augenarzt, und sie, also der Augenarzt ist ungefähr ein Kilometer entfernt von meinem Hausarzt, und dann hat er gesagt, sie gehen jetzt dorthin zum Augenarzt, ohne Termin, vergessen sie Termin, sagen sie, es ist ein Notfall, Antibiotika helfen nicht mehr, okay, sagen sie ganz genau das, und sagen sie, dass ich ihnen das gesagt habe, hier ist Unterschrift, und dann hat er mir die Überweisung geschrieben, und da schrieben bin ich direkt zum Augenarzt gegangen, so, hat sich das der Augenarzt angeguckt, ja, ist nicht gut und sowas, schon lange, da auch diese Antibiotika helfen nicht, schlecht hat er mir neue Antibiotika verschrieben, und zwar diese hier, so, ja, Oxytetrazyklin, auch wahrscheinlich übeles, übeles, ne, übelstes Zeug, und dann habe ich die bekommen, dann habe ich die aufgetragen, auch ungefähr zwei Wochen, hat nichts gebracht, hat nichts gebracht, ne, Antibiotika wirkt nicht, auch diese nicht, und dann bin ich wieder zum Augenarzt gegangen, hat er sich das angeguckt, und er hat gesagt, well, wir kriegen das nicht weg, ne, das einzige, was man jetzt noch machen kann, ist eine Operation, eine Augen-OP zu machen, und das war's, ne, hat er mir eine Überweisung aufgeschrieben, mit der Telefonnummer, ich habe dort angerufen, die operieren das immer montags, und, äh, das ist so wie eine Abfertigungshalle, du kommst da rein, ne, ins Krankenhaus, und, äh, da versammeln sich alle so in einem Wartezimmer, und dann wird ein nach dem anderen, da wird das, äh, Chalazion heißt das, das steht auf der Überweisung, wenn ihr das auch habt, und vielleicht guckt jemand von euch das kurz vor der OP, da steht da Chalazion, also CH, Chalazion OP, steht auf dem Überweisungsträger, das ist halt ein verkapseltes Hagelkorn, äh, das kann auch, soweit ich verstanden habe, kann das auch von Gerstenkörnern kommen, ne, Gerstenkörner sind, äh, äh, geläufiger als Hagelkörner, und das ist einfach, das sind einfach Bakterien in den Drüsen, die kommen irgendwie in die Drüsen rein, ne, hier, du hast ja Drüsen, und die kommen dort rein, und verstopfen die Drüse, und entzünden sich, und dann kriegt man halt Hagel oder, äh, ähm, Gerstenkörner, so, und, äh, manchmal geht das, äh, geht das weg mit Antibiotika, ne, meistens, äh, allermeistens geht das weg, aber wenn es nicht weggeht, dann bedeutet das einfach, man hat zu lange gewartet, und das habe ich gemacht, und die, dieser Hagelkorn, der Gerstenkorn, bei mir war es Hagelkorn, hat sich verkapselt, das heißt, es hat sich komplett zugeschlossen, und jetzt ist es da drin, ja, im Gewebe wahrscheinlich, und jetzt tust du Antibiotika drauf, und die kommen nicht mehr ran, deswegen geht das nicht mehr weg, deswegen wirken Antibiotika da nicht mehr. So, und das Einzige, was man dann machen kann, ist, das tatsächlich rauszuschneiden, ja, und da muss man eine Operation machen, und die musste ich machen, die habe ich gemacht, und dann bin ich halt, und jetzt will ich euch erzählen, wie das war für alle, die es, bei denen es bevorsteht, es ist nicht so schlimm, wie man denkt, das hört sich alles mega übel an, ist nicht so schlimm, aber es ist, äh, toll ist es nicht, sage ich mal, ja, und es tut auch weh, ne, so, äh, aber es ist halt erträglich, es tut nicht so weh, wie, irgendwie, äh, sich einen Finger abzuhacken, oder sowas, aber das ist, äh, zwei Sachen bei der OP, die haben schon wehgetan, so, aber halt nicht, äh, nicht so fürchterlich schlimm. Und, äh, also dann, ne, dachte ich, verdammt, das darf nicht wahr sein, ne, wie kann das sein, äh, das ist einfach, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass durch sowas, ne, eine Augen-OP nötig wird, und dann, ja, habe ich dort angerufen, den Termin gemacht, bin am Montag hingefahren und dann kam ich halt in den Wartesaal und dann war ich in drei verschiedenen Zimmern. Das erste Zimmer, als ich das erste Mal aufgerufen wurde, die Wartezeiten insgesamt haben sich belaufen, so etwa, so, ja, zweieinhalb Stunden, also übel, ne, also, ich konnte irgendwann nicht mehr sitzen, ich bin aufgestanden, weil meine Füße eingeschlafen sind, ne, beim Sitzen, und, äh, ich war übrigens, nicht der Einzige, der da aufgestanden ist, da konnte man einfach nicht mehr sitzen, das hat so lange gedauert, da kamen noch Notfälle rein und sowas, und kam ich erst mal in den ersten Raum, da, ich habe keine Ahnung, was dort passiert ist, ich habe in so ein Teil reingeguckt, und da, da ist Luft rausgekommen, man hat da irgendwas gesehen, so ein Feld, ne, mit so einer Straße, und da war irgendwie ein rotes Auto am Ende oder so, und dann, äh, kommt da Luft ins Auge, ich habe keine Ahnung, was das war, dann wirst du wieder zurückgeschickt, und dann wartest du, und dann wirst du nochmal aufgerufen, und dann kommst du zu einem Arzt, aber nicht, der dich operiert, sondern irgendein anderer Arzt, so, und da hat er mir halt, ähm, das alles erklärt, wie das funktioniert, hat er einen Sehtest gemacht, den macht man da auch dann, und, äh, ja, war so ein ganz lustiger, hat gesagt, ja, die Operation kann gefährlich sein, ich muss auch so einen Zettel unterschreiben, ja, falls, ähm, mein Auge rausgeschnitten wird, oder so, hat er gesagt, ja, es kann passieren, dass das Auge, äh, verletzt wird, und man wird blind, und, äh, es kann sein, dass man aus Verringen den Kopf abschneidet, und so, also, ne, der hat so ein bisschen rumgespaßt, und, äh, da hat er gesagt, aber nicht bei uns, ne, das passiert irgendwie in Kenia oder sowas, in so einem ganz schlechten Krankenhaus, kann das schon passieren, bei so einer Schale-Lision-OP, aber, hier bei uns passiert das nicht, ist noch nie gekommen, äh, passiert, und es ist auch noch keiner gestorben, so, ne, also jeder ist aus dem Raum ein Hai rausgekommen, dachte ich, okay, so, und dann bin ich wieder ins Wartezimmer gegangen, dann wurde ich zum dritten Mal aufgerufen, jetzt actually von einer Frau, die schon verkleidet war, ne, mit Mundschutz und dieser Haube und sowas, und dann gehst du halt vor diese Tür, und musst deinen Mundschutz wegmachen, kriegst einen Nagelneuen, das ist der hier, hab ich mitgenommen, sieht ganz cool aus, so ein Silbergrauen, wow, mit Farbe, guck mal, und, äh, da hab ich den aufbekommen, hab so eine Mütze aufbekommen, ne, die, so, so eine Operationsmütze, ne, die, damit deine Haare nirgendwo dir ins Auge fallen, oder sowas während der OP, und dann musste ich da hinlegen, auf so einen Operationstisch, so, und dann liegst du da, und dann, was hat die gemacht, die hat erstmal mein Auge aufgemacht, ja, so mit den Fingern, dann hat die da Tropfen reingetan, und hat gesagt, das sind betäubende Tropfen für ein Augapfel, äh, üble Sache, und dachte ich schon, okay, Augapfel, äh, damit das Augapfel betäubt ist, und dann hat sie Alkohol noch drüber gewischt, so ganz, ganz viel, das ist richtig alles voller Alkohol, und hat extrem nach Alkohol in der Nase gebissen, ja, und dann lag ich da, und dann hat es irgendwie fünf Minuten gedauert, weil der Doktor einfach nicht da war, und dann ist der Doktor endlich gekommen, dann ging es los, äh, war halt so ein Bär, ne, so wie Chirurgen normal sind, so ein großer Typ mit so Bauernhänden, ne, und, äh, ja, dann hat er halt ein paar Sachen gesagt, und dann ging alles ganz, ganz schnell, also die Operation an sich, äh, die ist extrem kurz, die dauert eine Minute oder zwei, ne, also ganz, ganz schnell geht das, aber, ja, der hat sich dann hinter mich gesetzt, also über mich, ne, ich liege da so, und der ist dann halt über mich, äh, und dann hat er sich das angeguckt, hat ein bisschen da rumgedrückt, und hat, also mit einem Wattepad, ne, der drückt hier drauf auf diese Schwellung, dann dreht sich das um, hier das Augenlid, so wie es jetzt dreht sich ein bisschen um, seht ihr, und wenn du fest da drauf drückst mit der Schwellung, dann klappt sich das um, und dann kriegst du, ja, dann kommt das Schmerzhafteste, die Spritze, du kriegst eine Betäubungsspritze natürlich, ansonsten würdest du das nicht aushalten, und dann kommt er von oben mit so einer Spritze, mit einer Nadel rein, und sticht hier rein, sticht da rein, um das zu betäuben, das hat verdammt weh getan, also die Spritze, die war, puh, ne üble Sache, nicht so wie ne Impfung oder sowas, sondern das hat wirklich ordentlich gezwiebelt, oder weh getan, besser gesagt, und, ist schon, kann man schon aushalten, und dann ist das alles komplett betäubt, ne, und das war's, und dann tut der, der hat gesagt, es kommt eine Metallplatte da rein, damit das Auge nicht verletzt werden kann, während der Operation, und dann macht er irgendwas, ne, also da ist irgend so ein Gerät, damit wird dein Auge aufgemacht, da ist wohl so eine Metallplatte, zwischen den Augen, also es kommt, die Metallplatte kommt da rein, wahrscheinlich, man versteht nicht, was passiert, das geht alles viel zu schnell, und du siehst ja alles verschwommen, ne, wegen den Tropfen, und dem Alkohol, und so, ist alles verschwommen, das passiert so schnell alles, da ist alles am Klimpern, und da geht einer, und da, und der ist am Reden, und erzählt was, und sagt was, und, solche Sachen, und dann macht er das auf, und dann tut er da, ich weiß nicht, ob er da noch irgendwas rein tut, wie auch immer, also man, man erkennt ja nichts, du siehst ja nichts, also alles verschwommen, und ich bin auch gar nicht sicher, ob das Auge komplett, ne, das Auge, du siehst ein bisschen was, was verschwommen ist, wegen der Platte, siehst du ein bisschen was nicht, also ne, man ist da voll durcheinander, man ist einfach, ne, die Situation ist einfach zu, äh, zu, ja, zu ergreifend, und, äh, und dann, hat er wohl eine Nadel, so, und dann sticht er dort rein, mit dieser Nadel, also der klappt das um, also du kriegst das Metallteil rum, er klappt das um, das Augenlid, und dann sticht er da wohl rein, also komplett durch, und dann drückt er das raus, und das ist die zweite schmerzhafte Sache, der, der muss tatsächlich drücken, das ist wie ein Pickel, ja, der muss das drücken, auf der Innenseite drückt er das so, und dann drückt er das raus, und dann kommen diese Hagel- und Gerstenkörner raus, okay, und diesen Druck, den spürst du, obwohl das betäubt ist, spürst du, das ist so, wenn dein Bein einschläft, und du fasst es an, und du, du kneifst das, dann ist das so ein ekelhaftes Gefühl, kennt ihr das, aber du spürst das ja, das gekniffen wird, auch wenn betäubt ist, spürst du es trotzdem, weil das Gewebe gequetscht wird, ne, du spürst, den Stich spürst du nicht, ne, also dass er dort rein sticht, das spürst du nicht, überhaupt nicht, du könntest nicht sagen, wann er reingestochen hat, aber dieses Drücken, das spürst du, und er drückt dort, und mit aller Gewalt, und das ist so ein Brocken auch noch, komischerweise, jetzt fällt mir das auf, so alle Chirurgen, irgendwie voll die, Bären, ne, die haben alles solche Hände, ich weiß auch nicht, und dann drückt er da drauf, naja, erstmal noch, bei mir auch noch problematisch, habe ich ganz vergessen zu erzählen, äh, als ich im zweiten Raum war, bei diesem Doktor, und der sich das angeguckt hat, äh, der dachte erstmal, ne, das ist einfach nur diese Schwellung, und da hat er gesehen, ich habe auch noch dieses Rote auf der Schwellung, diese Entzündungen auf der Schwellung, ne, dann sagte er, oh, das ist eine Zweifach-OP, ne, wir müssen zwei Sachen operieren, und dann hat er das umgeklappt, um sich das ganz genau anzusehen, wie das aussieht, ob da auch wieder dieses Eiter zu sehen ist, dieser Pickel mit diesem Eiter drauf, auf der Innenseite, und dann hat er gesehen, ich habe das, nicht nur das Eiter hier auf der Innenseite, sondern hier vorne auch noch, ein Pickel mit Eiter drauf, so, ne, ein weiterer Hagelkorn, und dann meinte er, oh, sie haben da ja noch einen, also eine Dreifach-OP, drei Sachen müssen gemacht werden, und dann dachte ich so, dann ist mir schon schlecht geworden, weil ich dachte, ich muss dreimal operiert werden, ne, und dann, aber zum Glück war es nicht so, ne, also der hat gesagt, oh, sie haben ja da ja noch was, oh, und dann hat er sich das aufgeschrieben, ne, und dann dachte ich schon, oh nein, bitte sag nicht, dass ich hier irgendwie mehrmals operiert werden muss, aber zum Glück nicht, ja, es wurde alles auf einmal gemacht, alles auf einmal, und das hat eine Minute gedauert, oder so, und auf jeden Fall jetzt wieder zurück zum Operationstisch, da hat er da halt rumgedrückt, beim ersten rumgedrückt, mit dem, mit diesen Entzündungen, weiß nicht, was er gemacht hat, keine Ahnung, ich weiß es nicht, vielleicht hat er die auch rausgedrückt, aber ich habe mehrmals gespürt, wie er wirklich gedrückt hat, ne, von oben, und er steht so, über einem, so gesagt, oder neben einem, oder so, ne, also, die Nadel kam auf jeden Fall von oben, das war extrem unangenehm, und schmerzhaft, und das Gedrück war auch schmerzhaft, aber ist erträglich auf jeden Fall, die, die Spritze war schlimmer, und dann, ja, habe ich gespürt, wie der Druck aufgehört hat, ne, und dann hat er an der anderen Seite gedrückt, wahrscheinlich, ne, so, auf dem vorne, auf dem Hagelkorn, das ich hatte, und hat auch das rausgedrückt, ne, hat er gesagt, ja, die sind rausgekommen, tatsächlich, ne, ich habe die gerade rausgedrückt, ist alles rausgekommen, ja, und dann hat die Frau, dann ist er weggegangen, hat gesagt, alles okay, und dann hat die Frau irgendeine weiße Salbe, ne, drauf geschmiert, wahrscheinlich, ist das so, so eine Wundheilsalbe, weil du kriegst danach nichts, das wird auch nicht zugenäht, gar nichts, ne, das wird durchgestochen, und, da läuft wahrscheinlich Blut und so, ne, und, das heilt automatisch weg, automatisch zu, das geht automatisch zu, und die hat da so eine weiße Salbe noch drauf getan, dann mein Auge endlich geschlossen, das war's, ne, dann war die OP vorbei, das geht alles, so dauert eine Minute, ja, maximal zwei, das geht extrem schnell, ja, ich war so krass überrascht, wie schnell das ging, aber ich hab auch mit anderen Leuten gesprochen, die haben gesagt, bei denen ging's auch ultra schnell, also, der kommt da, sagt ja, hier, das muss das gemacht werden, Auge auf, also erstmal Spritz rein, dann Auge auf, zack, 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 durchgestochen, raus, das geht alles, der macht das wahrscheinlich 100 Mal am Tag, das ist alles für den absolute Routine, bei mir war aber auch ein guter Arzt, also muss ich auch sagen, der hatte irgendwie Professor, Doktor, und da hatte der, ne, also, der hatte noch zwei Titel, Professor, Doktor, Matt, irgendwas, ne, da war schon, so ein Titel, ne, stand da, und, ja, da hat das ausgeschossen, dann war es gut alles, so, und dann kriegst du ein Augenverband, ne, du kriegst ein Augenverband, du kannst auch nicht nach Hause fahren, oder sowas, also kann ich nicht empfehlen, einer hat gesagt, er ist mit dem Auto nach Hause gefahren, das ist, sollte man nicht machen, man hat Orientierungsverlust danach, du bist so ein bisschen, baller, baller, und, äh, mit einem Auge hast du Orientierungsverlust, ja, ganz genau, weil du nur mit einem Auge siehst, und dann, da kommen auch alle so aus dem Saal raus, so ein bisschen so, ne, so am Abtasten, wo ist die Wand, wo ist die Tür, weil du halt nur ein Auge hast, und ein bisschen benebelt bist, und, ja, dann wurde ich zum Glück, zum Glück abgeholt nach Hause gefahren, weil ich halt, wäre da nicht mit doppelt umsteigen, musste ich da hinfahren, und dann natürlich auch so zurück, ja, ich wurde zum Glück abgeholt, nach Hause gefahren, dafür natürlich, vielen, vielen Dank, und, äh, ja, danach hat man halt so ein fettes Verband, also erstmal hat man so ein fettes Verband, so ein richtig fettes Verband, dann gehst du ins Wartezimmer, dann wirst du wieder aufgerufen, nach 10 Minuten, dann wird dir das Verband abgemacht, du kriegst ein kleines Verband, so ein Piratending, kriegst du aufs Auge, ja, und dann kannst du nach Hause, also du kannst dann direkt nach Hause, nach der OP, und dann, so ungefähr, nach drei Stunden oder sowas, kannst du es abnehmen, und das war's schon, ja, dann kannst du abnehmen, das war's, es gibt auch keinerlei Einschränkungen, ich hab dir auch gefragt, was ist mit Duschen oder sowas, weil das läuft ja Wasser hier, hatte gesagt, ja, können Sie machen, wie Sie wollen, ne, es gibt keinerlei Einschränkungen, dachte ich, okay, aber ich hab trotzdem am ersten Tag nicht geduscht, weil ich Angst hatte, dass das ins Auge reinläuft, und da vielleicht sich dann irgendwas entzündet, oder so, und auf jeden Fall, genau, dann war ich zu Hause, hab das Verband abgenommen, ich wollte euch jetzt das Bild zeigen, ich hab das Bild hier, ich muss einmal klicken, dann könnt ihr das Bild sehen, vom blutverschmierten Augenverband, aber dann dachte ich, da wird das Video gesperrt, oder irgendwelche Probleme, ne, deswegen lassen wir es lieber, und ist ja eklig anzugucken, aber ich hab's auf Discord gepostet, äh, ja, und, äh, auf jeden Fall, es hat Blut verschmiert, wenn du es abnimmst, ne, weil da, das, äh, läuft das Blut raus, und man sieht dann auch hier, hier diese, diese zwei Schwellungen, was hier noch ein bisschen zu sehen ist, äh, ja, die, äh, die waren halt endlich platt, ne, die waren, die wurden wahrscheinlich ausgedrückt, wie auch immer, also von der Innenseite ausgedrückt, und da war hier halt Blut, hier, so wie hier halt so gelbes, weißes Zeug ist normalerweise, wenn man früh morgens aufsteht, oder so, äh, war hier halt rot, ne, so hat sich da Blut gestaut, und ist hier rausgelaufen, und es ist getrocknet, und, ja, das war's eigentlich, äh, das Gute ist, man hat keine Schmerzen, oder sowas, ne, also das tut nicht irgendwann weh, ah, jetzt kommen die Schmerzen, oder sowas, ne, wie von einer Operation zum Beispiel, als ich am Arm operiert wurde, zum Beispiel, da kommen irgendwann die Schmerzen, ne, und die sind so stark, dass du Schmerzmittel nehmen musst, weil du es nicht aushalten kannst, ähm, beim Auge ist das nicht so, also, da passiert gar nichts, das Gute ist auch, dass ich kein blaues Auge bekommen habe, denn normalerweise hast du so ein blaues Auge danach, weil, ja, Druck, und wurde durchstochen, und alles, ja, und dann, äh, lustigerweise sieht man auch nicht den Einstich, die Einstichstelle, ich hab ganz genau geguckt, ne, vom Spiegel, siehst du nicht, du siehst nicht, wo reingestochen wurde, und, äh, äh, ja, hier, von anderen Leuten hab ich gehört, die, die hatten so ein blaues Auge, und das ist komplett zugelaufen, als hätten die eine reingekriegt, weil, das passiert nun mal, wenn hier Gewebe verletzt wird, dann, äh, läuft das alles so, ne, dunkelblau an, bei mir gar nichts, äh, ist nicht angelaufen, die OP ist jetzt, ich weiß nicht, eine Woche her etwa, und, ähm, ja, deswegen waren die Videos, äh, in schwarz-weiß, und ziemlich, ziemlich wenig Farbe drin, das hab ich alles extra gemacht, und wenig Videos gemacht, aber in den letzten Videos könnt ihr es sehen, wenn ihr drauf achtet, und, ja, das war soweit, und dann die nächsten, du kriegst auch keine Seilbüder, sowas, du musst eigentlich gar nichts mehr machen, das war's eigentlich, sobald du das Ding abgenommen hast, und, ist alles in Ordnung, ich hab da natürlich, ich kenn mich mit Ernährung aus, wie ihr vielleicht wisst, ihr seid ja auf einem Ernährungs-Channel, hab ich ernährungstechnisch natürlich, alles vorbereitet, ne, und hab mit Ernährung gearbeitet, damit sich nichts entzündet, und so, ne, boah, was ich da für Horror-Stories gehört habe, von Operationen, also, da war ein Typ, als ich, äh, im Krankenhaus lag, wegen meinem Arm, äh, war ein Typ, der wurde ein Bein operiert, und bei dem hat sich das entzündet danach, nach der OP, und wisst ihr, was man machen muss, wenn das entzündet ist, man muss, also, der wurde aufgeschnitten, das Bein wurde mit Metall zusammen gemacht, und mit Schrauben zugemacht, das Bein, und dann hat sich das entzündet, und das bedeutet, man muss das wieder aufmachen, und die Entzündung beseitigen, da gibt es solche Horror-Stories, ähm, und auf jeden Fall habe ich ernährungstechnisch, ne, alles vorbereitet, ich bin nach Hause gekommen, habe erstmal einen halben Liter Karottensaft getrunken, mit einem, ja, einen Teelöffel Ingwerpulver, ne, weil da ist Schaganol drin, eines der stärksten Entzündungshemmern, die es gibt, und habe halt ernährungstechnisch, ne, Nelkenpulver, alles, Amla habe ich ausgepackt, und habe Amla, und habe fettfrei gegessen, ne, High Carb, Low Fat Original Style gemacht, ne, Whole Food Style, also richtig alles perfekt gemacht, keine Leitierprodukte, keinerlei Fett, keine, keine Öl, gar nichts, ne, keine vegane Margarine, was auch immer, sondern alles clean gegessen, habe mir diesen Einkauf gemacht, habt ihr gesehen, 500 Gramm Blaubeeren zum Beispiel, habe ich mir gemixt, solche Sachen gegessen, also alles, was jede Entzündung im Körper killt, und hat sehr gut geklappt, vielleicht ist es deswegen nicht blau angelaufen, vielleicht ist es deswegen so gut geheilt, ich weiß nicht, aber halt, ich habe da alles ausgepackt, was ich hier oben drin habe, ernährungstechnisch, und, ja, hat sehr gut funktioniert, ist sehr, sehr gut abgeheilt, ja, hier ist nur noch das Rote, das ist Kruste, ne, ich habe gestern nochmal geduscht, das ist Kruste, wenn ich es anfasse, merke ich das, das ist hart, das wird irgendwann abfallen, einfach, aber ich werde es nicht abkratzen, und dann ist das auch weg, auf jeden Fall, ja, und das war die Geschichte, das war meine Operation, das kommt auf euch zu, wenn ihr das auch habt, was ich euch halt, übelst ans Herz legen kann, ist, Leute, wenn ihr diese Schwellung am Auge habt, ne, das heißt, das heißt, eure Drüsen sind verstopft, ihr habt entweder Gersten oder Hagelkorn, dann geht sofort zum Arzt, lasst euch sofort, geht nicht in die Apotheke und lasst euch was verschreiben, das wirkt nicht, das ist ein Zeug, das ist Geldverschwendung, ne, das ist, das wirkt nicht, geht zum Arzt, dann kriegt ihr, man muss Antibiotika nehmen, ne, weil wenn ihr zu lange wartet, das, was ich gemacht habe, das wird schon weggehen, ja, das, und dann passiert sowas, dann landest du auf dem OP-Tisch, mit einer Augen-OP, okay, da waren übelst, da waren, also, ich war nicht der Einzige dort, da sind permanent Leute rausgegangen, auch in meinem Alter, so Leute mit, jüngere, auch jüngere als ich, da eine sah aus wie 20, kam auch raus, mit so einem fetten Verband, also, ne, da werden alle, ja, der Reihe nach, kriegen das da, durchgestochen, rausgeschnitten, oder rausgedrückt, und deswegen, wartet nicht, das ist das Video, das ist die Message, die ich euch mitgeben will, wartet nicht, geht sofort zum Arzt, sobald ihr seht, da ist eine Schwellung da, die vorher nicht da war, sofort zum Arzt gehen, lasst euch sofort was verschreiben, vom Arzt direkt in die Apotheke gehen, und das direkt nehmen, sobald ihr zu Hause seid, ja, einfach drauf schmieren, und halt nach der Anweisung vom Arzt, ähm, das machen, und, äh, das wäre alles nicht passiert, glaube ich, wenn ich sofort zum Arzt gegangen wäre, aber ich habe einen Monat gewartet, bevor ich zum Arzt gegangen bin, ja, das ist mächtig schief gelaufen, aber naja, wieder mal, wie das Leben so ist, und das Leben ist ein Lernprozess, wir lernen immer dazu, ich habe jetzt auch was dazu gelernt, dass ich mit so einem Zeug nicht mehr rumspassen werde, und auf irgendwas warten werde, oh ja, hier, das wird jetzt schon helfen, sich gesund zu ernähren, oder sowas, er bringt nichts bei einer bakteriellen Infektion, und, äh, von daher, naja, ist alles, äh, ist alles gut verlaufen, das, äh, da sollte es keine Probleme geben, also macht euch nicht so viele Sorgen, natürlich müsst ihr euch auf Schmerzen einstellen, kurz, ne, die sind nur kurz und tun weh, aber, das ist halt der Preis, den man dann dafür bezahlen muss, alles halb so wild, äh, kann man alles aushalten, aber ich hoffe, ich konnte jedem damit helfen, wenn ihr so eine OP habt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, auch hier, ne, kann ich euch absolut ans Herz legen, kommt rein, wer mit mir darüber sprechen will, auf meinen, äh, Discord-Surfer, na, da kann ich euch dann weitere Details, falls ich irgendwas vergessen habe, noch weitererzählen, falls ihr vor der OP steht, oder sowas, ne, kann ich euch da auf jeden Fall alles sagen, weil ich habe die OP jetzt hinter mir, und, äh, ja, so viel dazu, Leute, ich hoffe, die Story hat euch gefallen, ich hoffe, ich konnte jedem weiterhelfen, bei diesem Thema, also, ne, aufpassen, mit dieser üblen Sache, und vielen Dank fürs Zuschauen, ihr könnt mich sehr gerne unterstützen, wenn ihr möchtet, für weitere Videos, in dem Kanal Mitglied werdet, und ansonsten, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, ich konnte jedem helfen, und wir sehen uns, wie immer, im nächsten Video, Peace.